Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Einmal pro Woche möchte ich mich vor Ihren Augen jenem raffinierten und straffreien Laster hingeben, das man Literatur nennt, jener Freude, die auch mit den Jahren nicht abstumpft. So hat es ein französischer Autor beschrieben. Ich möchte diese Freude mit Ihnen teilen und zwar nicht als Literaturwissenschaftlerin, die ich auch bin, sondern als Literaturbegeisterte, als Literaturliebhaberin. Und das bedeutet, dass ich Ihnen auch Texte vorstellen möchte, die ich nur in Übersetzungen kennengelernt habe, die aber für mich so wichtig geworden sind, die selbst beim neunten Mal Lesen immer noch neu und aufregend sind, dass ich sie Ihnen nicht vorenthalten möchte. Ich werde diese Texte lesen und knapp und kurz und kompakt interpretieren, ganz dicht, weil ich meine, dieses Format ist angemessen in unserer schnelllebigen Zeit. Und zwischendrin möchte ich dann immer auf längere Zeit auch Romane vorlesen, die nicht so bekannt sind, aber für den Werdegang unserer Literatur bedeutsam geworden sind und die vor allem amüsant sind. Unterhalb der Videos in den Beschreibungen finden Sie die kurzen Texte und weitere Zusatzinformationen. Und nun hoffe ich, dass Ihnen Zeichensetzung Freude bereitet und dass es mir Spaß macht, Ihnen Zeichensetzung zu präsentieren.